Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, wie ich es in Worte fassen kann. Also die drei Tage waren unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte ein mega Team, die haben wirklich unnormal gut gespielt und wir hatten einfach mega viel Spaß da draußen. Und ich glaube, deswegen haben wir dann auch so gut gespielt. Es bedeutet so viel. Ich habe jetzt schon so lange darauf gewartet. Und ja, es ist natürlich noch mal umso mehr besonders, dass ich es auch mit Sarina geschafft habe, weil sie einer meiner besten Freunde ist. Und ja, um es halt endlich zu schaffen, ist halt wirklich unglaublich. Und ich bin super stolz auf uns allen. Ja, es war unfassbar. Ich wusste, dass es starke Teams gibt, aber ich wusste auch, dass wir eine starke Mannschaft sind. Und ja, mir war es einfach wichtig, dass wir eine gute Zeit haben, eine gute Stimmung. Und dann dachte ich mir, dass die Patzen auf jeden Fall fallen werden und dass wir dann auch gut spielen werden.